Herzlich Willkommen live bei QVC geht es weiter im Programm und wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. New York hat kein Mensch Zeit, aber dieses Make-up, das schaffen Sie in den New York Minute. Ruckzuck ist das Make-up gestylt und der Mann an unserer Seite, der sagt Ihnen, wie es geht. Johnny Ottavino, bonjourno, bonjourno. Hallo meine Damen, guten Morgen, schön hier zu sein. Wir hatten jetzt eine Beauty-Night und wir hatten so viel Spaß, ich auch. Hier ist es das Highlight in dieser Sendung. Wir möchten Ihnen nämlich die Gelegenheit geben, Take Cover kennenzulernen. Da haben wir extra den Bestand erhöht. Genau, das sind die Farben, die wir haben. Die habe ich bei der Bojana auf den Handrücken aufgetragen und man muss sich einfach entscheiden, welche Farbe man nimmt ganz klar. Das ist also wirklich sehr... Bitte unbedingt zugreifen, wenn Sie sagen, Sie suchen ein Make-up, auf das Sie sich verlassen können, was Unkomplices in der Anwendung ist, was aber auch angenehm abdeckt. Das ist Ihre Gelegenheit. Minimaler Aufwand. Das ist eine Anti-Aging Foundation mit einem Lichtschutzfaktor 20. Und sie unterscheidet von anderen Produkten, dass sie kein Glitter haben, sie sind matt und wir haben darunter noch einen Primer. Renz geht ganz schnell. Wenn Sie bis heute vielleicht keinen Lichtschatten getragen haben, was ich auch verstehen kann, weil die schwer anzuwenden sind, das ist jetzt gelöst das Problem. Sie gehen mit diesem tollen Stift hin, tragen hier eine Baked Collection und ich möchte Ihnen sagen, was dahinter steckt. Wir haben folgendes gemacht. Dieses Produkt ist am Anfang eine wunderschöne... Wir haben natürlich noch mehr Make-up für Sie vorbereitet und zwar haben wir jetzt was ganz Besonderes, eine Premiere, tada, da gibt's was ganz Besonderes. Johnny, und zwar haben wir jetzt als nächstes Baked Impressions und das ist der Hammer. Ich muss dir sagen, auf dieses Produkt habe ich ewig gewartet.